Yo Leute, willkommen zurück bei WWE 2K22. Beim letzten Mal haben wir das mit Braun Strowman gemacht und der ist sauer jetzt auf uns wegen Samoa Joe, wir haben denen geholfen. Und jetzt geht es weiter Leute, wir reden jetzt mit Samoa Joe. Das ist es? Das ist es? Das ist es? Ich glaube, ich war etwas mehr, oder etwas mehr, oder etwas mehr, etwas mehr. Natürlich nehme ich die Hilfe an. So, wir bekommen jetzt Hilfe von Samoa Joe, obwohl wir das gar nicht brauchen, aber egal. So, stand and deliver. Boah, das sieht wirklich geil aus, dieser Stage, ne? Schau, mit dem Totenkopf und mit diesem Schwerter oder Dolche. Da kommen wir. Ach ja, wir sind neue Elixie-Chapier, ne? Lass uns den mal kurz anschauen. Weil den tragen wir auf unseren Kopf. Ja, da ist der Gürtel. Dann reicht es. Den können wir auch kurz angucken. Ja, da ist der Gürtel. Ja, da ist der Gürtel. Ja, das dauert ewig, bis der für den Ring kommt, ne? So, der wird sowieso das gleiche sagen, weil wir hatten schon den den Kampf. Ich bin ehrlich, diese Tattoos stehen da mehr bei mir als bei ihm. Bei mir sieht das viel besser aus als bei ihm, ne? Das meine ich. Ja, der hat gekontert. Das hat er. Das hat er. Cody Cutter. Boah, hör auf die ganze Zeit zu kontern. Voll hier. Der greift ja bestimmt wieder meinen Fuß an. Meine Füße. Meine Beine. So, was jetzt? Jetzt kommt die nächste. Sling Blade. Sling Blade. Jetzt kommt Samoa Joe. Was macht er hier? Jo, das ist ja nur die Q-Match, ne? Die Dämonen, die die Dämonen verletzt hat. Und er hat ihn verletzt. Wir werden die Geschichte wiedersehen. Was? Was ist denn? Ehm. Ey, nicht, dass wir den Gürtel jetzt verlieren. Ich hoffe nicht, dass wir den Gürtel jetzt nicht abgeben müssen. Oh, das Match geht weiter. Teil. Kannst du aufhörst du kontern hier? Ich habe gerade das gekontert. Das nervt die ganze Zeit mit meiner Nase, Leute. Jo, daneben gesprungen, Alter. Dieses Scheiß-Move, ne? Hallo, Refrain! Machen wir den Move wieder? Das ist der Move von Sammy Zayn, der macht ihn ganz spannend, ne? Das ist der Move von Sammy Zayn, der macht ihn ganz spannend, ne? Das ist der Move von Sammy Zayn, der macht ihn ganz spannend. So geht diese Scheiße immer an ihm. Alter. Der ging daneben. Zum vierten Mal geht das daneben, ey. Oh, und ein Reversal! Reversal nach Reversal. Diese zwei sind bereits bereit für uns. Ich bin bereit, dass er diesen einen parrieren kann. Ich bin bereit, dass er aus dem Weg rauskommt. Eine Sequenz der Reversalen. Und Spear! Reicht! Jetzt hat er wieder satt. Ich glaube, der hätte ich gehabt. Ja, wir haben Tim Baylor zweimal besiegt. Ein Spiel auf den Samstag. Das war's. Schubel hat! Das war's. Graeme. Das war's. InIng. InIng. Es war's. Geroer! InIng. 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 So die Fede mit Finn Balor ist jetzt glaube ich vorbei ja Story abgeschlossen Dämon und Monster Oh Dakota Kai damals war sie ja so früher jetzt ist sie ja bei One Night Raw mit Bayley und mit IoSky in einem Tag Team so wir haben gute Attributspunkte gesammelt haben wir den und den voll geht immer noch nicht mit dem Orten Er beobachtet dich der Part 850 du wirst nicht immer jemanden haben der deine Schlachten für dich schlägt und ich werde den Krieg gewinnen Nach einem Titelkampf voller Überraschungen ist der Part 850 immer noch NXT Champion Drei Nachrichten von ihm Das wir ändern unsere Persönlichkeit aber erstmal muss ich auf den Story Fortschritt gucken Und der Code Kai war ja vor uns Boah das mit frischer Wind für NXT ich weiß nicht Leute ob wir das noch bekommen Wenn nicht haben wir Pech gehabt Boah nee da haben wir das nicht 100% gespielt Yo ich bin zweimal champion So ich wollte mit der Code Kai reden Machen wir mal Ich muss euch sagen über alle die Ruhigungen die umgehen Welche Ruhigungen? Du kennst die 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 Candice LeRae hat bevor sie Johnny Gargano. Sind sie wahr? Warte, ich hab was mit Candice LeRae gehabt? Es ist keine schlechte Idee. Das ist keine schlechte Idee. Gerüchte und Andeutungen. Ja, machen wir. Ja. Danach muss er wieder gut werden. Und dann die letzte Aufgabe machen. Eigentlich vorletzte, ne. Mit frischer Wind für NXT. Ich glaub, ich hab einen Fehler da gemacht. Bei Breakout-Turnier haben wir ja gemacht. Ich glaub, wir müssen erstmal das andere machen. Ah, keine Ahnung. So, ich werde diese Woche in NXT eine sensationelle Ankündigung machen. Johnny Gargano und Candice LeRae sollten die Ohren spitzen. die Gerüchte sind wahr. Sensationelle. Konnte mal wieder das nicht ausspraschen, Leute. Das ist wieder. Das ist wieder. Aufmerksam. Ich bin hier in der ersten Stretch. Ich bin jetzt hier in der ersten Ville. Und ich bin, in dieser Stelle zuerstellen. Das ist ja, alles ist korrekt. Und ich war, in dieser Stelle für ihn. Er hat sich immer mehr Zeit mit dem Tag Partner, Tommaso Ciampa, als seine Romantik Partner, Candice LeRae. Candice war schonmal. Und dann hat sich die Worte, Und dann hat sich die Worte, wenn sie nicht die Gute, zu asken NXT-Management, und dann hat sich die Worte, sie hat sich gedacht, dass er vielleicht er für sie hat, dass sie eine Chance hat, dass sie ihn auszure. Nonetheless, sie braucht eine Schulter zu cry auf. Und das Schulter war meine. Wir dated für ein bisschen, und es war okay. Aber dann wurde ich mich auf, und dann wurde ich auf, und dann ist sie wieder zurück zu John. Wir werden safe gleich attackiert von Jodie. Der wird uns safe attackieren gleich. Ich habe mich auf die Zeit. Ja, wo wir von Johnny Wrestling reden, von Johnny Gargano, der ist ja wieder zurück und ist jetzt mit Tommaso Ciampa wieder in einem Tag Team. Ich glaube schon, dass die einen großen Push bekommen und Tag Team Champions werden und Cody Rhodes und Jey Uso besiegen werden. Mein Spoiler, schau mal. Ich habe der Pate 58 einmal bei einem Indie-Match getroffen, vor seinem Beitritt zur WWE. Das war es auch schon. Er lügt wie gedrückt, um meinen Mann klein zu kriegen. Das wird nicht funktionieren. Kommt schon, Candice LeRae. Tu nicht so, als wären das nicht die besten zwei Monate deines Lebens gewesen. What the fuck? Ich habe dich gefragt, aber du wolltest nicht hören. Was jetzt passiert, hast du dir selbst zuzuschreiben. Wenn ich mir alles ausgedacht habe, warum bist du dann so wütend? Interessant, sagt Dakota Kai. So, machen wir noch weiter. Da kommen wir. Oh, Kushida kommt. Oh, kommt jetzt Kushida? So, ich muss jetzt wieder gegen Kushida kämpfen, ne? Fede werden von Johnny Gagano angegriffen gleich, ne? Ja. Ja. Also in the ring ist Kushida. A man whose innovative offense truly makes him ahead of his time. Kushida is constantly inventing new attacks and looking for new holes to tie his opponents up in knots. Yeah, a real genius for wrestling. It's only a matter of time before you see the latest and greatest from Kushida. When you combine his ingenuity with his indomitable fighting spirit, you really get something special. Ei hei hei. 軟 Hör auf, da zu kontern die ganze Zeit. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. ja eigentlich, doch was jetzt? jetzt werden wir sehen was jetzt passiert also klar Candice LeRae? wollen die mich jetzt attackieren oder was? hallo ich bin das böse nicht ihr oh man DDT auf dem Stuhl die Champions claims on social media but now she just took her support to a whole new level I don't know about anyone else but I'd really like some answers right now whether there's any truth to all this or it's simply just mind games of a champion it's certainly taking a toll on NXT's first couple the 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 1 von 2. Das stimmt. Ich bin es leid, einen Freund zu schützen, der seit Jahren nicht für mich da ist. Alles, was der Part 850 gesagt hat, ist wahr. Ich weiß das, weil sich mir Candice LeRae damals anvertraut hat. 2 von 2. Das schlimmste ist, dass Candice, nachdem der Part 850 mit ihr Schluss gemacht hatte, meinte sie, würde nur deshalb wieder zu Johnny zurückkehren, um einen Job bei NXT zu kriegen. Schrecklich. Eine Ehe, die auf Lügen basiert. Okay, Dakota. Hübscher Beweis. Keine Ahnung, warum du das tust. Geld? Eifersucht? Ich habe aufgehört, mit dir zu reden, weil ich dir nicht vertrauen konnte. Eindeutig halt die Klappe. Schluss damit, der Part 850 oder das wird noch richtig böse. Für wen? Dich? Deine Frau? Euch beide? Die Sache ist ganz schön eskaliert. Keine Angriffe mehr. Ihr werdet das im Ring mit einem NoDQ Match für die NXT Championship klären. Aber vorher werdet ihr vier euch in einem Mixed Tag Team Match in NXT gegenüberstehen. Freue mich schon irre, dich wiederzusehen, Candice LeRae. So Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt, WWE 2K22. Ciao Leute.